und so fort genau neue kurs in the making einfach so kurs wolltet ihr gerne haben und ihr warst noch darauf hin dass ab ersten jahr wieder selbst die wir stellen schon mal mannig also manifestations challenge losgeht und ich werde auch schon mal öfter jetzt darauf hinweisen dass wir ja leider jetzt auch preise erhöhen muss haben wir länger nicht mehr gemacht und das wird im verlaufe des september passieren ja wird auch sicherlich spürbar sein also macht sicherlich noch sinn vorher noch mal sich einzudecken ist ja alles ist einfach unfassbar teuer und alles leute ich hole mir immer so eine box irgendwie beim asiaten jetzt früher immer 96 gekostet die kostet jetzt ernsthaft 98 noch ein getränk dazu 11 euro ich denke jetzt hat hier crazy mein wellenwerk wo ich so gerne gegangen bin haben die preise dass ich mal irgendwie um 30 prozent erhöht also was ist los ist einfach nur krass aber gut unser thema hier wir reden wir heute über einsamkeit ja wenn du auch fragen hast was auch immer schickst gern an das kontaktformular auf libysche.de hallo christian ich bin eine zuschauerin und wer dankbar für ein video antwort ich versuche es wirklich arbeite hart an mir beschäftige mich mit der act strategie das ist werde ich auch mal noch mehr zu machen dritte welle der falls das hier gemeint ist aber ich glaube ja der verhaltenstherapie mit so sachen wie dbt und act eben akzeptanz commitment therapie ja welcher anderer stelle mal was zu machen sehr spannend und dem inneren kind aber ich komme nicht aus immer denselben probleme raus wie lebt man ein nice geiles leben wenn man ganz objektiv einsam ist ja so hart das jetzt auch ist aber das hat ich bin ja immer nicht so der zuckerguss coach hier so hart das auch ist nice geiles leben hat erstmal mit beziehungen und anderen menschen nichts zu tun das ist dass du die sachen verfolgt die dir wichtig sind und die einfach konsequent umsetzt so wie dir das möglich ist und ich nicht darum scherst ob da andere menschen sind ob die mitmachen ob die das gut mit finden ob die das nicht gut finden das ist nice geiles leben und dann natürlich schon mit der hoffnung der auch begründeten hoffnung dass auf diesem weg du sicherlich über menschen stolpern wirst aber vielleicht dauert das länger als man denkt und das ist so ein bisschen auch so wie mit beziehungen wenn man zu sehr freunde sucht ich manchmal auch dann kriegt man manchmal auch so einen komischen weil also ich kann das total verstehen gerade wenn man den liebeschiff umprogrammiert hat man häufig probleme mit freundschaften auch wenn man erfolgreicher wird und so weiter hat man häufig probleme mit freundschaften habe ich gestern auch mal mit kollegen unterhalten also auch super spannend dass auch das gleiche berichtet hat und ja also kannst du nicht immer darauf verlassen dass andere menschen da sind sich so verhalten wie man will das wäre natürlich schön absolut aber ein nice geiles leben hast vor allen dingen erst mal selbstliebe weil ich weiß dass es immer so trocken scheinbar trocken aber ja das heißt dass du wenn du sagst ich japanisch lernen dann gehst du japanisch lernen ob das nette leute sind oder nicht du lernst japanisch oder wenn du ja ist ja klar ganz jetzt xyz einsetzen was auch immer wenn du gut sein willst um in clubs aufzulegen machst du ein dj ausbildung also was auch immer oder muss ja auch nicht immer was kosten kann also kann ja heute alles über youtube machen und aber es können auch ganz andere sachen sein du kannst eine pilzexpertin also du lebst dein leben weil man und mit einsamkeit ist auch so eine sache also allein sein ich weiß das ist auch mal so nervig aber ich muss mir das auch so oft anhören allein sein heißt nicht unbedingt einsam ne also du bist sicherlich alleine mich das jetzt richtig raus höre aber einsam sein ja schon aber das können wir nicht alles hat natürlich schon mit dem inneren kind auch zu tun können wir hier nicht alles in der breite angehen aber man ist schon ziel ich meine ich verstehe wir sind menschen sind soziale wesen aber so gut es geht alleine klar zu kommen ohne sich zu einsam zu fühlen schon gute überlebensstrategien weil man keine freundschaften außerhalb des virtuellen raums und nur bekanntschaften mit ebenfalls psychischen baustellen hat naja man sollte freundschaften im virtuellen raum und auch bekanntschaften sollte man nicht unterschätzen also ich finde tatsächlich manchmal flüchtige begegnungen bekanntschaften finde ich persönlich habe manchmal viel befriedigender als alte freunde bei denen man sich vielleicht ärgert weil sie wenn das nicht mehr so läuft wie es mal lief und so und häufig kommen mit so flüchtigen begegnungen ganz neue energien rein was das ich wir sind gestern hier mit unserem kampfhund hier rausgegangen und das haben wir schon öfters dass man irgend eine begegnung haben jemand der auch einen hund hat und man führt richtig cooles gespräch und sieht sich dann vielleicht nie wieder aber hat auch was gebracht irgendwie so meine freunde von früher wollen alle nichts mehr von mir wissen der rest igelt sich mit zwangsstörungen angst verstörungen und psychosen zu hause ein ja ist ich weiß jetzt nicht warum deine freunde nichts von mir wissen wollen aber wenn du ein freundeskreis hast der jetzt nur so aus psycho baustellen besteht ist es vielleicht auch nicht mehr das was du jetzt brauchst vielleicht hat das eine zeitlang gepasst und jetzt ist es vielleicht gewiss du es auch nicht mehr vielleicht manchmal ist es ja auch so dass einen die freunde zurückweisen wenn man sie selber zurückweist so nicht dass man das nicht tun sollte sondern vielleicht passen die einfach nicht mehr familie habe ich nicht ja das kann ich jetzt schon nicht verstehen familie habe ich nicht nur meine mutter mein stiefvater und meine halbschwester allesamt mit eigenen problemen psychischen erkrankungen hat im alltag und nicht genug zeit will er energie um etwas nach mich zu verschwenden ja aber es ist trotzdem eine familie und du hast ein kind was vielleicht jetzt hier möglich das richtig sehe mit drei jahren noch nicht so alt ist aber auch kinder können einem wahnsinnig viel gegen vor allem wenn die älter werden oder vielleicht auch schon mit drei das ist familie andere familien gibt es nicht das leider kann man sich familie nicht aussuchen das ist seine familie und ja ich verstehe da ziehst du jetzt nicht viel draus aber ja klar musst du auch nicht und kann auch verstehen wenn du sagst würde gerne wahlfamilie haben hast du jetzt nicht kann ich schon alles verstehen aber letztlich ist es seine familie ist nicht dass du keine hast und weiß nicht ob ihr irgendeinen menschen kennt überhaupt keine probleme mit seiner familie hat also ich glaube nicht aber vielleicht könnte ja mal in die kommentare schreiben ich fühle mich immer zu einsam versuche wirklich das beste aus meiner me time zu machen gehe allein ans wasser ins kino unternehme viel mit meinem kind letzteres zähle ich nicht zum me time aber ich habe keinen einzigen verbündet in meinem leben und muss jeder verabredung hinterher betteln muss du nicht dann machst du es eben nicht also das ist ich weiß ich weiß kein du bist offensichtlich auf keinem leichten weg also das verstehe ich absolut aber ich plädiere immer für so eine werteorientierung und ein wert sollte meiner meinung nach sein dass man niemand hinterher bettelt egal wie einsamer ist also das ist einfach wenn jemand keine zeit mit dir verbringen will und und es ist auch glaube ich in diesen heutigen zeiten sollte man auch nicht alles persönlich nehmen so ne also seit dass es nämlich zumindest so war und höre ich von vielen dass seit der corona zeit ziehen sich einfach auch menschen viel mehr zurück und gehen gar nicht mehr in öffentliche räume und wollen zum beispiel auch gar nicht mehr ins kino gehen das sind immer noch und jetzt geht das der scheiß ja wieder los also wir sind ja das einzige bekloppte land was wieder alle möglichen regeln aufstellt aber nicht unser thema hier ja aber es gehen eben auch viele nicht mehr ins kino und hängen zu hause und hängen in ihrer familie rum wenn sie in einer haben was du natürlich immer machen kannst ist zum beispiel auch mal ein tier ist immer eine gute empfehlung aus dir du kannst mit so einer kleinen tochter würde ich auch mal überlegen über einfach stumpf gehen ohne viel erwartung in solche müttergruppen das wird es da bestimmt noch geben keine ahnung einfach mal stehen bleiben wenn du die abholst von der kita stehen bleiben also small talk vielleicht wäre auch wirklich der dating kurs was für dich so weil du auch so ein bestimmten weib glaube ich rauskriegen könnte so genau was ich eigentlich nicht will und dann verfalle ich wieder das alte muster dating apps schreiben mit männern ohne absichten obwohl ich mir immer in das dating verkneife und so schnell bin an menschen die interesse an mir zeigen ob potenzielle freundschaften oder sexuell ist dabei egal ist es zum verrückt werden ja was ich also ich kenne ich jetzt nicht weiß ich so zwischen ins heilen rauslese ist schon noch dass du vielleicht bräuchte ich auch mal eine dating pause ein halbes jahr dass du noch nicht an dem punkt ist das kann ich aber auch verstehen wenn man ein kleines kind hat und alles also vielleicht musst du auch viel arbeiten aber trotzdem hilft ja nichts noch nicht an dem punkt ist dass du sagst ich scheiße ich drauf ich ich detoxe jetzt von diesem wunsch immer in einer beziehung zu sein oder oder immer jemand zu haben oder aufmerksamkeit zu bekommen ich gesagt dass ich verstehe dass es alles menschlich ist aber das bringt einen so weiter wenn man einmal sich dem verschlossen hat und wenn du es ein zwei monate macht so vielleicht wäre das was für dich so eine dating pause und du einfach merkst aber natürlich weiter nice geiles leben meinen verein ausprobieren probetraining oder was sich interessiert weiß ich nicht schon weiter rausgehen aber dass du einfach sagst nein ich gebe in diese sachen keine energie mehr rein so das weil du schreibst für jemand was jetzt einfach nur eine beschreibung ist der dessen eimer nicht so voll sind und das führt leider gerade beim dating das ist wie hungrig einkaufen und dann kaufst du die pizza und ja man ist schon gut dass du dann diese offensichtlich sinnlosen der jetzt da nicht noch ausführst aber das ist ja nicht was du willst so virtuelle aufmerksamkeit sondern und dann natürlich kannst du auch gern date noch wäre es vielleicht wäre es ganz gut mal noch mal so einmal richtig zu detoxen und natürlich wenn man das gefühl hat das ist alles in einem größeren zusammenhang und ist noch größer und ich weiß nicht was und stimmung kippt schon so in andere bereiche ja das sollte man natürlich kann man ja auch therapie machen und was weiß ich sehr klar so und die fühlen sich dann unter druck und verlassen mein leben ganz flott wieder ja das ist genau was ich meinte habe ich jetzt noch gar nicht gesehen den satz das genau was ich meinte du hast dann diesen weib ich brauche ganz viel und ich meine ich habe die welt nicht gemacht es ist tatsächlich so das habe ich mal gehört das hieß irgendwie matthäus prinzip oder irgendwie sowas oder so platt gesagt der teufel scheiß auf dem größten haufen also wenn du schon viele gute kontakte hast und abgesetzt ist und so einen coolen distanten historischen lockeren weib hast dann wollen immer noch mehr leute mit ihr befreundet sein aber wenn du keinen hast und das ist echt scheiße dass das verstehe ich auch aber das ist genau was passiert wenn du mit diesem so ich brauche jetzt unbedingt ich muss jetzt unbedingt verbündeten haben dann laufen die leute weg weil sie wollen das nicht sie wollen wollen nicht genauso wie du auch nicht die tankstelle für jemand anders sein so und sagt ein stück weit ist das natürlich normal aber wenn man das gleich schon am anfang fühlt bevor man überhaupt connected hat bevor man überhaupt befreundet ist was er heutzutage auch jahre dauert bis man wirklich mit jemandem befreundet ist wollen die menschen das oft nicht habe die welt nicht gemacht tut mir leid zu einem schluss gehöre ich auch zur sorte extrovertiert habe scheinbar ein helfer syndrom bin halt voll über angepasst ja das sind drei verschiedene sachen also extrovertiert prima also geh raus geh raus geh raus geh raus ohne erwartung dafür schon auf jeden fall machen die offene 30 party stelle ich da einfach hin also ohne irgendeine erwartung das wäre glaube ich so wichtig oder was weiß ich also rausgehen finde ich super wichtig helfer syndrom ja gibt diese energie nicht selber rein hilf dir selbst und über angepasst ja das ist genau diese plus wohligkeit vielleicht co-abhängige tendenzen weiß nicht ob du schon mehr videos von mir geguckt dass das ist ja genau das ne also selber nichts kriegen anderen hinterherlaufen versuchen nett zu sein und überhaupt irgendwas zu kriegen das sind häufig schon so kinderheitsstrategien bin halt voll über angepasst alles was ich mir wünsche sind menschen in meinem leben die ich lieb haben darf und umgekehrt und so lieb ich meine tochter und meine katze habe das reicht einfach nicht um ernsthaft ausgeglichen zu sein ja die würde ich auch erraten selbst liebe challenge allein die erste aufgabe diese dankbarkeitsübung sind so wichtig weil es ist nicht dass du nichts hast du hast eine katze und eine tochter und das ist verdammt viel meine ich jetzt todernst weil gerade katze und hund das ist wirklich unbedingte zuwendung es können menschen ja so in dem maß eigentlich gar nicht geben und außer vielleicht ein kind noch genau in dem alter und ja und eigentlich ist ja ich weiß nicht was für strukturen du bist aber eigentlich fand ich immer gerade mit kindern weil es irgendwie gibt es tausend möglichkeiten ich weiß nicht ob das in die kita geht musst du ja auch wissen alles aber du bist also das wird ja irgendwie freunde bekommen kinder kriegen freunde und dann gibt es eltern dazu und dann kann man sich einen kaffee zusammensetzen also ich bin schon überzeugt dass das alles besser wird aber derzeit kannst du ja diese ganzen bei dir sachen die zeit nutzen bei dem ist noch aufzuräumen das geiles leben und das ist tatsächlich so je cooler du bist und je mehr du scheinst vor zufriedenheit weil du so ein cooles nass geiles leben hast selbst wenn da wenig menschen drin vorkommen umso attraktiver wirst du auf jeden fall in diesem sinne wir sehen uns bald wieder so